Ich bin Benjamin und mache die Atelier als Polymechaniker beim Pfiffner. Ich bin Anna-Maria und mache die Ausbildung als Produktionsmechaniker in der Fachrichtung Montage. Wir zeigen euch auf, was es ausmacht, beim Pfiffner eine Ausbildung zu machen. Für die Fachrichtung Montage habe ich mich entschieden, weil ich am Abend sehe, was ich gemacht habe, was ich zusammengebaut habe. Weil es sehr viele diverse Produkte und Arbeiten sind, die man Stück für Stück daran arbeiten kann. Was ich am Pfiffner wert schätze, ist, dass ich für die Teilprüfung unterstützt wurde, um das Maximale herauszuholen. Meine Motivation, um morgen aufstehen, sind die Leute, die bei uns arbeiten, alle sehr sympathisch und die Vielseitigkeit am Beruf. In der Lehre lerne ich jetzt mal meine Grundlagen und nach der Lehre möchte ich mich dann auf einen Bereich spezialisieren. In der Montage durfte ich von Anfang an mit Begleitung an Kundenprojekte arbeiten. Und mittlerweile jetzt im dritten dafür eigenständige Kundenprojekte fertigstellen. Ich würde mich freuen, ein bisschen mehr Frauen in diesem Arbeitsbereich zu sehen. Die Arbeit findet etwas, das gerne zusammenhängend und auch körperlich arbeitet, sondern auch sehr gerne abwechslungsreiche Tätigkeiten ausführt. Jetzt haben Sie meinen Alltag als Produktionsmechaniker im Fachrichtung Montage gesehen. Er war mega abwechslungsreich und spannend. Wie Sie gesehen haben, ist beim Alltag von Polymechaniker Teamarbeit sehr wichtig. Wenn wir euch das Interesse geweckt haben, dann bewerbt euch bei uns und werdet auch ein Teil von unserem Team. Ich sehe mich schon mal vor. Und wenn du das Interesse could so gedacht! Vielen Dank.